Das deutsch-polnische Verhältnis ist belastet. Historisch, aber auch aktuell. Angela Merkel hatte schwierige Gespräche in Warschau zu führen. Und wir schauen in die USA. Dort wird gewählt die Midterm-Wahlen. Und auf der einen Seite brummt die Wirtschaft, aber auf der anderen Seite lässt der Präsident kein Fettnäpfchen aus. Wir haben die Bürger in den USA gefragt. Das sind die Themen in der Tag um 23 Uhr. Bis gleich.